Willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal versuchen zu gewinnen ohne Truhen zu öffnen. Viel Spaß mit dem Video. Wie ich sagen, starten wir direkt. Ähm, okay, der war wieder komplett lost unterwegs. Uff, ein Tick. Lol. Nein. Jetzt habe ich dabei gestorben. Schade, egal. Trotz dem Plus sogar. Egal. Ich finde es gut, dass die das geändert haben, endlich mit den Trophäen. Okay, da ist ein Tick. Ich glaube, Abatara ist auch nicht so geeignet für die Map. Ich werde dann gleich nochmal Tick benutzen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten. Komm. Okay. Ich werde jetzt einfach hier, bis die Sonne die Trunk kaputt macht. Ist hier nicht verboten. Eine Ewigkeit später. Als ob es so viel Schaden gemacht hat. Okay, vier sollten reichen, um hier ein bisschen reinzupuschen. Also noch zwei Gegner. Ein, deinem. Ja, okay, scheiße. Das war's. Nein, hätte er den hier nicht gehabt. Ich hätte vielleicht sogar noch gewonnen. Egal, dritter ist. Nice. Plus sechs. Aber wir werden jetzt trotzdem mal Tick nehmen. Okay, so. Dann habe ich noch am lossten. Warum treffe ich die Kiste nicht? Oh, ich muss dann auch noch auf. Bitte nicht stören an. Okay. Ich hatte die Kiste nicht kaputt gemacht, oder? Nee. Oh, mein Gott. Ich hatte vergessen, dass ich die nicht öffnen darf. Hä? Ich bin auch los. Dann nehme ich so eine Challenge auf und dann vergesse ich, was die Challenge ist. Nein. Ich habe sie nicht kaputt gemacht. Hä? Wie viel Leben hatte der? Ja, gut. Der hatte auch sechs Power-Ups. Egal, direkt nicht zur Runde. Tara. Junge, ich kann halt nicht so werfen. Wenn ich die Tröne nicht kaputt machen darf. Uff. Nice. Süchtiger Hit. Okay. Zwei Hitze noch. Das muss ich von da oben aufpassen. Nice. Ich habe jetzt noch ein Hit. Ich meine, Ultiab bin ich schon mal. Nice. Ich könnte ihn jetzt eigentlich holen. Weil Tick kann fast nichts gegen die Ulti von einem anderen Tick machen. Ja, sauber. Nice. Das ist down. Okay, schon. Showdown. Showdown. Auch ein Tick. Aber der hat sieben so schwer. Bro. Das ist ja komplett. Plus 8 trotzdem. Aber wir wollen ja hier keine Trophäen pushen. Soll, der ist noch unterlevelter als ich, oder? Ich blind. Ne, der ist halt echt. Vielleicht hat er Tick gerade erst bekommen. Nice. Den haben wir. Ein Power-Up. Okay, da ist schon mal ein Crow. Nice. Ein Hit. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Trifft mich einfach nicht. Ein Millimeter war das. Ja, ich wusste, wüsste noch. Der Payr, man kennt ihn. Komm. Rein weg. Was? Okay. Trau ich, dass ich den nicht bekommen hab. Da will doch jemand die Truhe, oder? Nee. Wahrscheinlich. Jetzt verreg ich an der Sohn wieder mal. Scheiß drauf. Mein Gott. Lol. Ja, ich würde sagen, ich habe es geschafft. Auch wenn ich jetzt nicht so aktiv in der Runde drin war. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solcher Challenges sehen wollt, dann liked einmal. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Und Abo. Und, ja, moin. Abonniert die Glocke. Und aktiviert die Glocke. Glocke. Ich kann kein Deutsch. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020